Kurioses Gerücht um Lionel Messi. Nachdem er zuletzt Inter Miami zum League-Cup-Sieg führte, debütierte Messi vergangenes Wochenende auch in der MLS. Beim 2-0-Erfolg bei den New York Red Bulls steuerte er mal wieder einen Treffer bei. Dennoch droht dem Superstar jetzt Ärger. Und zwar aus einem verrückten Grund. Nach dem Spiel hat Messi keine Interviews gegeben. Was in Europa schon mal vorkommt, ist in den USA allerdings verpflichtend. Die MLS schreibt allen Spielern vor, dass sie nach dem Spiel für Gespräche mit Reportern zur Verfügung stehen müssen. Ein Funktionär bestätigte sogar vor der Partie, dass dies auch für Messi gelte. Welche Strafe Messi droht, ist noch nicht bekannt. Vielleicht drücken die Amerikaner für den ersten kleinen Fehltritt ihres Superstars auch nochmal ein Auge zu.